Ihr habt ein riesen Loch im Konvoi, aber ich habe bis jetzt schon mal so auf 300 Leute geschätzt, die an mir vorbeigefahren sind. Die stand jetzt immer hinter dem ersten Halt, wo ich es erst mal behalten muss. Also wir sind immer noch in Kiel. Die Framer sind nicht besser. Also ich sag's mal so, wir haben vielleicht ein Loch im Konvoi, aber das ist nicht so schlimm. Es gibt ein paar Chatteilnehmer im Livestream, die haben ein Loch im Gehirn, das ist viel schlimmer. Oh ja. Ja, ich wollte nur auf die Frage antworten, wie viele Leute es jetzt sind, aber der erste Teil, der bis jetzt durch ist, sind ungefähr 300, 350 Leute. Ah, Junge, zieh doch nicht direkt vor mir rein, bitte. Trucks, Trucks. Ja. Vielleicht noch mehr. Das sind nicht alle, ne? Ne, noch lange nicht. Ey, ich werd gerammt, ich werd gerammt, ey. Ja, reicht, da rollt man raus. Das weiß jetzt die Nummer nicht. Gut, ich geh wieder auf Standby. Ah, jetzt seh ich grad Livestream, da meldet sich Gaming Future 196, den wollte ich tatsächlich sowieso erwähnen und zwar folgendes, der hat ein Referat gehalten, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, weil ich so beschimpft werd hier als ganz böser Mann, der hat ein Referat gehalten in der Schule zum Thema Vorbilder und da hat er, naja, also eigentlich hätte ich gesagt, das macht mir Angst, der hat mich gewählt. Oh, da würd ich mir echt Gedanken machen. Und jetzt haltet euch fest, der hat eine Eins gekickt. Ui, Glückwunsch. Glückwunsch an der Stelle hier und, ähm, 2027 wegen falscher Richtung, rückwärts. Da äh, mich hier nicht einkeilen, nicht einkeilen, was macht ihr denn? 2857. Ja, und, und Gaming Future, falls, falls das eine Lehrerin war? 2127 wegen reindrängen. Weil es eine, 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 wenn es eine Lehrerin war, dann, äh, würde ich sie sogar vielleicht eventuell küssen. Also, müsst ihr mal, müsst ihr mal ein Foto schicken, müsst ihr mal ein Foto schicken, können wir mal drüber reden. Die Frau hört nicht zu, ne? Äh, nein, die habe ich, die habe ich gekickt. 18.00, bitte mal kicken, 18.00, der rammt hier. Der Rocktox ist ja sowas von im Rage-Modus hier. Ja, er ist immer sehr engagiert, äh, bei den anderen Konvois war er das ja auch immer schon. Ja, das sind, das sind diese Österreicher, ich sag's dir, das sind die Österreicher. Ja, wenn ich mich mal wo reinversetze, dann bin ich auch drin, ey. Ja, die haben irgendwie so ein komisches Anführer-Gen. Das ist ganz schlimm. Die verstehen die Rocktox. Ach, das ist nur einer. Alter, scheiße. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das ist, mit drei FPS hier durch die Gegend zu fahren. Geht doch in die Außenansicht. Ich habe mittlerweile 20. Ich habe 11 mittlerweile. Ja, in der Außenansicht sehe ich ja leider nichts, das ist ja das Problem. Ach so, ja, gut. Also, es ist ja... Ja, weg mit uns als Anhänger. Ja, 129 Jannik schreibt, lass mal Harald in Ruhe, er muss sich konzentrieren. Wieso denn, er, ich habe das alles im Griff. Genau. Genau. So, ich bin jetzt an der Tankstelle vor Frankfurt, falls das jemand interessiert. Ja, wir fahren gerade auf die A7 auf. Ja, eben. Und im Rückspiegel sieht der Konvo ja richtig schön aus. Also von meinem Rückspiegel aus. 18-0-0 bitte kicken, der rammt hier die ganze Zeit. Das ist geil. Wenn ihr jetzt erst auf die A7 auffahrt, dann ist das quasi, ähm, das ist wie, 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 wie heißt der, wie heißt der, wie heißt der, das ist wie Rainer Kallmund, ne. Wenn der durch die Tür geht, dann, äh, ne, der Bauch geht erst durch und der Arsch kommt, äh, zwei Tage später. Ja, so ungefähr, ja. Also, demnach hätte der Konvo jetzt eine Länge von ungefähr 500 Kilometer. Yeah! Also, das... Boah. Also, das ist kein Rekordes. Das muss ins Gaming-Book der Welt Rekordes. Ja, und wir fahren immer noch Leute auf. Ja. Ja, ich sehe schon, da kommt noch eine ganze Menge hinten. Ähm, ich muss mal kurz stören, wo seid ihr momentan? Hier. Ich bin jetzt von Kassel. Ich habe, ich habe, ich habe die Tankstelle vor Frankfurt passiert und hinter mir gelassen. Richtig. Die Tankstelle zwischen Hannover und Kassel. Das sind wir gerade vorbei. Das wollte ich gerade aufwarten. Ja. Achso, Hannover und Kassel, da bin ich glaube ich gleich. Also, ihr seid jetzt gleich schon in Frankfurt. Nein. Kassel. Kassel. Achso, ich glaube ich sehe euch, ich glaube ich sehe euch. Ja, und das Ende des Konvois ist halt noch in Kiel. Und steht. Stehen immer noch welche in Kiel. Und warten, was los geht. Ja. Harald Fick doch die Waldfee, ihr seid doch total verrückt ey. Wie ist denn mit Andy, wie schnell fahrst du? Keine Ahnung, ich fahr so schnell und kann gar nicht mehr richtig lenken, bin ja nicht mehr gewohnt, dass ich über 40 fahre. Ja, an alle, die mich jetzt so durchdrängeln muss, aber der Kameramann muss vor zum Harald. Ja, jetzt muss ich auch nehmen. Nein, sich einmal bitte. Also wir sind jetzt da, wo Harald eben losgefahren ist. Harald, was sagt denn dein Kilometerstand für den Auftrag? Er sagt, es sieht gut aus. Grüß. Ja, was weiß denn nicht, warte mal, das ist bei ETA. Dich abdrängeln! Ja, genau. Sammel Rocktalks, laber doch nicht mehr dazwischen hier. Mensch, du bist grad nicht der Führer. Der ETA-Kilometerstand sagt 263 Kilometer, das ist ja ganz schön weit, ne? Ja, da... Darcy müssen wir nicht mittig jetzt. Ja, 300 Kilometer ist der Konvoi dann lang. Wollt ich Gas geben? Ja, ein bisschen. Ich fahr nur noch 30, ich werd grad überholt von sim4u.de, ich glaub den kenn ich sogar, der hat mich angeschrieben. Der will mal bei uns im kleinen Konvoi mitfahren, mal schauen, ob ich den lasse. Ich geb jetzt mal ein bisschen Gas, so ein bisschen nur, ne? Ich folge dir und hab mal's vorne nicht gehört, aber der stört dich ja sowieso nicht. Ich werde von FA16 richtig einfach vorbeigelassen, das find ich aber sehr nett. War auch mal erwähnen. Sagst du, der letzte Player, bist du noch da? Äh ja, ich bin ganz hinten. Das ist wunderbar, also hier mit Lichtstube, mit Lichtstube und so machen die alle Platz. Wunderbar. Den Ball wieder bei dir. Das funktioniert ja sehr gut. Ja. Jetzt recht vorbei, aber. Ey, danke deiner. Ich kann's echt nicht fassen, dass so viele Leute da dabei sind. Das ist unglaublich. Also das ist nur geil. Nur geil. Also danke wirklich alle, die das auf sich nehmen hier. Das ist echt geil. Vor allem, jetzt hat sich das eingefahren. Jetzt hab ich auch, wie gesagt, 13 bis 20 FPS und jetzt geht das auch einigermaßen, ne? Ja. Ich kann jetzt schön mit 60 hier lang cruisen. So, da kommt jetzt einer aufgefahren aus der Slowakei. Der kann wahrscheinlich nicht zum Converger hören. Der wird jetzt nicht grad ganz tierisch wundern. Ah, Motorfehlfunktion. Ich habe 30%. Ah, du, du. Ah, gut, okay. Da bin ich wieder, ne? Hab doch gut. Nehmt der Kuhn. Ich hab den Kuhn gefunden. Und der Vico. Ein schöner Selto. Ich hab den Anschluss wieder. Der verlorene Sohn ist zurück. Ich sehe grad im Livestream die Forderungen nach Preisen. Wie läuft denn das, Tobias? Ach, die Preise? Da haben wir ja noch was. Ich würde sagen, das machen wir, wenn wir eine kleine Pause in Frankfurt machen. Rottok, hast du. Hallo, bitte. Lasst doch bitte den Tobias raus. Ruhe. Lasst doch mal den Tobias bitte mal reden jetzt. Ja. Also in Frankfurt würde ich sagen, da machen wir was Schönes im Twitch-Channel bei uns. Da stellen wir eine schöne Frage. Erhoffen uns ein paar nette Antworten. Und dann geben wir einfach mal ein paar mal ETS raus an die Leute, die sich das jetzt beim Steam-Sale immer noch nicht leisten konnten. Vorsicht, die Flycam blockiert grad hier die Autobahn ein bisschen. Wir sind jetzt Abfahrt Hamburg. Ja, ich bin gerammt worden. Das ist ja was ganz Neues. Ich hab keinen Anhänger. Ich hab meinen verkauft. Alles klar. Das wollte ich noch wissen. So, und der Doc muss leider an die Werkstatt. Der hat nämlich 100% Schaden. Der ist voll geschädigt. Der Junge. Folgendes, was mir grade noch einfällt. Es wäre vielleicht ganz günstig, wenn der gesamte Konvoi, und das wäre jetzt quasi meine Leute, die hinter mir sind. Trinity und Co. Wenn ich vielleicht alleine nach Frankfurt reinfahre, meinen Trailer abliefere, und das nicht alle reinfahren, weil... Ja. Das wollte ich nämlich grad noch anmerken. Das wäre ein bisschen suboptimal, nenn ich sagen. Wir warten dann. Oma ist Autobahn. Okay, ich hab jetzt einer gerammt, Nummer 993, und weg ist er. Ich seh grad im Admin-Chat von einem ausländischen Admin-Kollegen, Germans Everywhere. Entschuldigung, die 2200, der hat mich geschnitten. Die 2600. Die 2600. Die 2600. Die 2600. Hat er nicht nur geschnitten, oder hat er dich gerammt? Der ist vom Standstreifen rübergezogen auf die ganz linke Spur und hat mich geschnitten, hätte mich beinahe gerammt, aber ich konnte noch abbremsen. Wenn nix passiert ist, ich werd irgendwie hier gehupt, hier verflucht nochmal. Was ist denn los? So, und da haben sich jetzt zwei hier reingedrängelt. Wenn nix passiert, würde ich da ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil es ist ja auch durch die Lags, kann's ja auch sein, dass da mal ein paar Meter nicht stimmen, ne? Ähm, die 2533, falsche Richtung. Da macht einer YouTube-Link-Werbung die 832. So. Der hat sich auch reingedrängt in den Konvoi. Ja. Der ist vor mir. Ja. Sehr schön. Leute, bleibt bitte dran am Livestream auch. Ich glaub, ich werd mal spontan heute auch noch was, ne Kleinigkeit werde ich heute auch noch verlosen. Yay. Mein Truck kann fliegen. Ja, ich bin im Weltall. Und damit dann mal klar wird, dass die VIPs eigentlich gar keine besseren sind, also alle außer mir natürlich, seid ihr alle draußen. Also ihr dürft nicht mitmachen. Ich dachte, wir werden verschenkt. Ja. In Frankfurt ist alles voll, ihr kommt nicht rein, steht da. Okay. Ja, das werden wir schon sehen. Wir haben Moses dabei. Und Moses teilt auch die Trucks. Äh, mal kurz für den Harald, seitdem du an mir vorbeigefahren bist, kommen immer noch Leute. Also das geht, ähm... Ja, wie gesagt, wir sind jetzt Abfahrt zur A, was ist das hier vorne? Und ich... Und ich nehm grad... Oh, ein Harald kommt mir entgegen, ich hab die Ziffer nicht gesehen, bitte! 29,76! 29,76! Ich bin Falschfahrer. Okay, ich seh grad die Lehrerin von GamingFuture196, ist hässlich! Ja, da hätt nen riesigen Crash verursacht. Im Tunnel. Ja. Äh, Harald, was ist denn, wenn du einfach deinen Anhänger, äh, verkaufst quasi außerhalb von der Stadt, also den Auftrag abbrichst? Ich will einmal Multiplayer mit Plus raus, vergiss das! Ich will noch ganz kurz raus! Ich will eigentlich unbedingt beim Monster-Konvoi! So, wir haben mal was, du kannst kurz sagen und gucken. Harald, wo bist du jetzt genau? Ich will mal auf die Map gucken, wie weit wir auseinander sind. So, ganz kurz im Haar... Ähm... Wer hupt denn da so blöd? So, warte mal... Ein bisschen unter Kassel. Warte mal eben. Äh, Heini, ich kann's dir sagen. Ruhe, 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 Ruhe! Also nochmal, Heini, nochmal bitte. Ich wollte wissen, wir sind ja hier in Hamburg, wo stehst du denn jetzt genau? Ach so... Wo fährst du denn jetzt? Wir auf die Map mal gucken. Mich stört... Mich stört das Wort genau, das kann ich dir nicht sagen. Sehr ungefähr. Ich kann's dir sagen, Zirka. Ich kann's dir sagen, Zirka. Ja, der Rocktalks kann das. Also, wir sind unterhalb von Kassel. Das siehst du ja die Zahl von Autobahnen und genau das sind wir gerade. Nein, nee, wir sollten weiterfahren. Da hinten seid ihr ganz? Ja. Nein, nee, wir sollten weiterfahren. Ja, machen wir weiter, ihr wisst gar nicht, was so neulich ist, ey. Ja, machen wir weiter, ihr wisst gar nicht, was so neulich ist, ey. Ja, nee, rechts ist gar nicht. Ich bin, glaube, raus. Ich wollte nur mal gucken vom Bild, dass wir ein Bild davon haben, wie weit das auseinandergezogen ist. Das ist ja enorm. Ja, ja, wir sind jetzt... Wir kommen, wir kommen. Ich fürchte ja fast, wenn wir das nochmal machen, weil hier die Fragen kommen, ob wir das nochmal machen, das werden wir uns erstmal in aller Ruhe überlegen. Ja, das werden wir jetzt nicht jetzt entscheiden. Wenn wir das nochmal machen, dann machen wir keine Deutschlandtour, dann machen wir eine komplette Europarundfahrt, weil das wird ja noch mehr wahrscheinlich. Oh Gott. Dann nehmt sich bitte jeder den ganzen Tag Zeit und dann können wir das machen. Dann machen wir eine 24 Stunden Rundfahrt. Jawoll. Oh, Heini, ganz ruhig. Nicht in den Fringern kommen jetzt hier noch. Die 24 Stunden von Euro Truck oder wie? Alter. Kollege, nicht reingehen da. Kann mich mal jemand kicken, bitte? Warte, ich habe die Nummer... Ja, ich bin hier total im Boden festgebackt. Das ist total beschuldig. Hatte ich auch. Kann ich ein paar mal mit zurücksetzen mit der... Ja, selbst das geht nicht. 2136 bitte kicken, danke. Okay, mein Navigationssystem sagt, wir müssen jetzt gerade irgendwie was machen und zwar rechts abfahren. Okay. Oh, hier sind viele Schaulustige unterwegs. Also Schaulustige sind okay, ja? Ja, ja, ich meine nur. Wenn die nicht stören, ich sag's nur. Ich sag's nur. Leck, ich weiß es nicht. Ja, ja. Leck mich in the dash, sag ich bloß hier. Ich hab hier einen Green Eye Cat hinter mir. Ich hab nicht gesehen, wer mich jetzt gerammt hat, aber einer hat mich komplett gedreht. Guck gleich mit. Komm entfrieden, Harald kennt mich, Cyberstorm. Ja, Cyberstorm kenn ich, mit dem bin ich eine Tour gefahren. Ähm, mit John Myers, das kommt nächste Woche auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr mal reingucken, da war Cyberstorm dabei und der hat eine ordentliche Unfall-Performance hingelegt. Ich überhole jetzt diesen Green Eye Cat, um wieder auf Harald anzuschließen. Boah, da hat wer Dinglichter an. Meine Fresse, ey, das ist ja unglaublich. Einmal bitte die 31, 73, die hab ich hier grad abgedrängt und die fährt hier glaub ich, was weiß ich, 150. 1, 6, 1 bitte kicken, der drängt uns ab und hat sich reingedrängt in den Konvoi. Ähm, mal ne Frage, seid ihr schon an Frankfurt vorbei? Nein. Okay. Das ist gut. Wer war denn das jetzt? Der Erik? Ich? Ja, der Erik. Okay, der Flycam ist der Felix. Achtung, Achtung! Ja, ich bin auch noch da. Okay, fett vorbei. Ähm. Ja, in Frankfurt mach mir ne Pause, wenn ich das richtig verstanden hab. Die 579, bitte. Ja, aber bitte auf der Autobahn. Ich werd versuchen, allein nach Frankfurt reinzufahren. Und zum Thema, äh, Frankfurt ist blockiert. Ähm, ich hab Moses dabei, muss ich nochmal erwähnen. Der kann nicht nur das Meer teilen, sondern auch irgendwelche Trucks und der heißt Tobias und der macht das schon irgendwie. Äh, bitte einmal die 12, äh, äh, 56 gekönnt, weil der hält sich nicht mehr hinter unten, ja? Okay, jetzt werd ich geschnitten, äh, jetzt wird's gefährlich. Ja. Flycam? Neid dich mal nicht, Flycam. Und die 579 hat sich an mich rangemacht, gerammt und, äh, zwischen uns gedrängt. Ui, sie hat sich an mich rangemacht, wenn ich mir das jetzt so bildlich vorstelle. Ist nicht. Also, ja. Dankeschön. Danke. Tut's nicht. Wusste gar nicht, dass mein Truck 90 fahren ist. Wenn ich mir schon einen Hintern angucken muss, dann doch lieber den vom Harald sein Truck. So. Wieso den vom Truck? Wie soll ich das nicht verstehen jetzt hier? Das finde ich aber auch nicht nöt. Die haben sich gerade auch zwei ganz doll lieb. Ich hab ständig so einen Knacken jetzt hier auf dem TeamSpeak. Jetzt nicht mehr? Das ist von irgendeinem User. Also, wir bekommen da hinten gerade schon gewissen Geschwindigkeitsrausch. Wir haben 90. Ich hab 36 FPS, ich brech immer in Spaghetti-Suppe. Warum streamt Harald eigentlich nicht auf seinen Kanal? Äh, ja. Weil das, äh, natürlich eine, äh, Veranstaltung unter anderem von ETS-MP, äh, ETS2-MP.de Und, äh, die Jungs haben ja den, äh, Multiplayer gemacht, ähm, also haben die natürlich auch das Recht am Livestream. Ist doch logisch. Das ist halt so eine Kooperation, ne? Versteht ihr? So zusammen. Wenn man mal was, wenn man mal was zusammen macht. Korrigieren, wir haben nur die deutsche Community übernommen. Wir haben nicht die Entwicklung. Wir haben da zwar mal mitgewirkt ein bisschen, aber wir haben nur die deutsche Community. Hab ich gesagt, ihr seid Entwickler? Ich hab doch gesagt, ihr seid ETS2-MP.de. Nee, das hat sich so angehört. Aber okay. Mach mal dein Headset lauter. Harald? Ja? Wie viele sind eigentlich im Chat drinnen? Das interessiert mich mal. Zwei, sieben Millionen oder was? Das kann ich nicht sagen. Ich bin ja auch nur Beobachter. Achso. Es sind im Chat, genau, es schauen zu, 1138 Leute. Wie viel? 1130. Boah, wählt mich später, wählt mich später, wählt mich später. Sehr geil, Freunde. Sehr geil. Dann sagen doch einfach mal Hallo an die Zuschauer. Grüße an alle Zuschauer. Hallo, grüß euch. Servus. Ich hab ja wieder die Meldung von AnybodyElf. Lächerlich, weswegen wir hier die Leute kicken. Ich kann's nur nochmal sagen, wir machen das nicht absichtlich. Wir versuchen das einigermaßen auf die Reihe zu kriegen. Ähm, wir laden dich gerne ein, macht den nächsten Monster-Konvoi und mach es besser. Danke. Ja, organisier das Ganze, ha? Ja, genau. Ähm, zum Thema verlosen, darf ich auch was verlosen? Nein. Eiskalt aber fair. Ich würde nämlich meine Omsi-Map verlosen. Ja.